Und nun, der Moment, auf den sie alle gewartet haben! Puff vs. The Cursed Kitty Wow, wow, wow! Nicht so schnell! Als die Monster kamen, um zu erobern ohne Halt, wusste er, dass es sie zur Verlangsamung galt. Zur Zeit der Doppelzwei kam ihm die Idee herbei. Statt Punch zu laufen, setzte er einen Haufen. Puff vs. The Cursed Kitty Die Gefahr im Auge, zum Angriff bereit. Wird alles gut, ist der Move nur gescheit. Puff vs. The Cursed Kitty Und nun, Mr. Puff, was soll ich machen? Ich begann das Spiel ohne Häufchen und Sachen. Missionen zu beenden, schaltet neue Räume frei. Items, Waffen und Feinde, die du kannst schlagen, zu breit. Puff vs. The Cursed Kitty Der mächtige Drache Der gemeine Blob Das böse Hühnchen Der Tweedvogel Der alte Klumpen Der Treu Der Schlosszerstörer Das Ding Die rote Spinne Der Lava Und der Zykloppengeist Und... Die Fliege! Ein großer Schatz beinhaltet große Fähigkeiten. Und um meine Verteidigung zu erhöhen, baue ich einige Türme. Als meine Turmverteidigung, was ganz logisch ist natürlich. Doch ist der Turm erstmal gegen mich? Wie soll ich da siegreich sein? Nein! Puff! Versus Versus The Cursed Kitty Morgens halb 10 vs. The Cursed Kitty Mit deinen Augen stimmt etwas nicht, oder? Wie lange schon? Warum hast du nix gesagt? Es geht mir gut. Fliege eine Rolle! Fliege eine Rolle! Hey! Kannst du mein Gefallen tun? Halt dein scheiß Maul!